Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge PlayerUnknown's Battlegrounds. Versuch 873 von diesem wunderschönen Squad eine Runde zu gewinnen. Wir haben bis jetzt immer echt übelst Pech, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr dabei seid. Und es ist ein historischer Tag, der Tobi, der Curry und meine Wendigkeit endlich mal wieder auf den Haufen. Und wir wollen heute den Sieg hier holen. Wir geben unser Bestes vor euch, liebe Freunde. Dann würde ich sagen, wir sagen, let's get ready to rumble. Seid ihr bereit, Jungs? Ich würde sagen, aber es finden da echt noch viele Leute hier drin im Flugzeug, ne? Ja, die fliegen bestimmt Military, Military, Leute. Okay, dann lasst uns raus. Okay, 3, 2, 1, let's go, man. Die Party steigt. Ich hab immer noch den komischen Haken da im Kopf, ey. Hat ja einer in der Lobby in den Kopf geschossen, oder was? Ja, klar. Geil. In deinen Kopf rein, oder? Okay, es kommt jetzt, Alter. Gucken jetzt, dass wir hier eine Waffe kriegen. Und wenn da jemand kommt, dann bumsen wir den weg, okay? Das ist mein Curry. Von links und rechts, Alter. Und in das Ohrheim, wie bei Scary Movie. Hä? Alter, durch eine Toilettenkabine, Alter. Kennst du das, Alter? Pimmel, ey. Flupp, ey. Guckt da rein, oder? Hier kommt da jemand. Okay, hier kommt keiner, nice. Ist das ein Jetski da vorne? Gibt's die jetzt auch auf der Map, oder? Jaja, Jetskis gibt's jetzt auch, ja. Geil, auch auf der Map. Nice, hier ist keiner, hier ist keiner. Nice, Alter. Richtig. Ja, ich flieg wieder fünf Kilometer durch die Luft, Alter. Boah, wie viele bei Milter landen, ne? Die wollen alle Kaffee trinken. Alter. Ist auch ein Kaffee, ne? Ist ja easy go, hier. Boah, ich hätte jetzt auch Bock auf Kaffee, ne? So richtig... Ja, Mann. Ey, Alter, wenn ich jetzt in der Ego-Perspektive bin, ne? Ich hab immer noch diesen Scheiß-Dingster, das ist voll irritierend. Bietst du jetzt eigentlich in der Ego-Perspektive? Ja. Echt? Ja, klar. Okay. Tobi ist ne richtige Art, Alter. Außer halt, es geht so um Pieken und so, dann geh ich auch immer an die anderen Links, ne? Das ist klar. Bist du eigentlich ein Navy Seal, Tobi? Ja, sowas von, ey. Ich bin der Typ bei Navy CIS, der immer die Brille auf und anzieht im Intro, weißt du? Wo ist hier, Wallner? Du meinst bei CIA, äh, CSI, äh, CSI, äh, Miami. Manne Eichel. Manne Eichel. Manne Eichel. Manne Eichel, ey. Manne Eichel, ey. Was ist mit deiner Eichel, ey? Ich bin schon mal anfassen, Tobi. Häh? Kobi und Tobi, ey. Ich bin beide anfassen. Guck, sie wird zwei Finger. Hä? Eigentlich, wenn wir jetzt ne Waffe alle finden würden, dann könnten wir sogar die Brücke ab-Aim, ne? Weil die werden ja hundertprozentig alle rüberkommen wegen der Zone. Da hab ich denn die Schüsse. Wenn wir alle ne Waffe finden würden. Ich hab nix. Ich hab ne Pfanne, ey. Ihr knockt die aus, ey, ihr knockt die aus und ich hau mit der Pfanne dann nicht mehr drauf. Boing. Was hast du denn da, Tobi? Ich könnte ne Armbrust anbieten hier. Mal sehen wir die hier ab. Guck mal da. Ja, ich komm jetzt so. Hä? Wo denn? Was hast du denn da? Ach so. Ich hatte ein Pfeil im Kopf, Alter. Wenn du mich so anbietst, damit... Ja, das ist... Hallo. Das ist jetzt innen, Alter. Das ist jetzt innen. Weißt du, wie du mich grad anbindest? Dad! Minerals! Ne. Guck mal, der ist so geil. Guck mal, mach mal die Tür auf. Muss ich eigentlich noch mal gucken, ey. Muss ich eigentlich noch mal gucken. Ey, Jungs. Ich bin grad am überlegen, ne? Alter. Welche Serie ich mal gucken soll? Welche Serien-Highlights habt ihr denn aus dem letzten Jahr gezogen? Stranger Things. Ja, okay. Ja. Hä? Was ist los mit dir? Hast du das nicht gesehen? Nee. Wollte ich mal gucken, aber ich bin noch nie dazu gekommen. Narcos ist geil. Aber das hast du ja schon gehört. Boah! Junge Pablo. Aber ohne El Patron ist das nicht mehr so mega geil. Ist ja klar. Ist ja sowas von klar, Alter. Aber ich find den Polizisten... Wie heißt der noch, ey? Ach. Peña? Ja, Mann. Den find ich voll cool, Alter. Wobei ich's ohne... Also ich find's schade, dass der andere nicht mehr mit dabei ist. Ja, der Blonde, ne? Wie die sich immer gebeefht haben, Alter. War lustig. War geil. Ich fand die Alte von ihm geil. Der hat mich immer an, an... Malfoy erinnert. Der nicht verknallt. An was, du, Curry? An Malfoy hat er mich erinnert, der Bulle. Draco Malfoy? Ja, Mann. Ein richtiger Kotzbrock. Aber ich kann euch auch echt nur House of Cards empfehlen, aber wobei... Alter, Boah! Wobei jetzt die neue Staffel wird ja ohne... eng gedreht, Alter. Voll scheiße. Was denn? Warum wird die denn ohne den gedreht? Was soll das denn? Ja, weil er doch alle Männer angefasst hat, Alter. Alle Männer. Wollt ihr hier gucken? Ja. Alle Männer. Ja, ich find das so schade, Mann, weil... Ey, das ist doch voll dumm. Ja, was machen die denn da alle in Hollywood? Was ist denn mit denen, Alter? Weißt du gar nicht, die hätten sich doch wehren können. Genau, das wird der auch sagen vor Gericht, Alter. Ja, ich mein, die hätten ja sagen können, okay, du hast zwar da die Männer angefasst, aber eine Staffel kannst du noch machen, weißt? Das ist ja so, die letzte... Dann binden wir dir halt die Hände fest, Alter. Jetzt siehst du, naja, die Kommentare. Me too. Also, der Tobi, der Dennis und, äh, der Curry und der Dennis... Kommt der Zeigefinger wieder, der politisch korrekte. Ja, man darf ja keine Witze mehr machen. Wobei man das auch nicht verherrlichen sollte, ne, aber... Nee, ey, das ist... Natürlich nicht. Ey, Tobi, ey, was tust du denn da? Alter, Kevin Spacey, Alter, dass der so ein Fingerer ist, hätte ich nicht gedacht, Alter. So ein Abkrabscher, Alter. Ja, Junge... Kevin Spacey, Alter. Der kommt mit seiner Hand so unterm Tisch, weiß auch immer, ist der da. Dann machen wir den Underworld. Die Faust auf... Mach... Boah! Boah, da kommt der Esel, Alter. Was war das? Echte Todesfrahl, Alter, der hat einen Darm. Alter, wo? Mein Darmdipp explodiert, Alter. Beim Curry, die kann auf dem Tisch einfach so eine Lunge, so eine schwarze Junge, Alter. Boah! Was hast du denn gemacht? Hast du ein Loch im Hals? Die haben den so einen Stift reingehauen, weißt du? Oh mein Gott, die Zone, schnell, wir müssen alles zur Bombe gehen. Hat der gerade das Todesfrahl explodiert, Alter? Der ist ein Darm. Mein Darm, Alter. Weißt du, wie das war ich... Hä? Ich stell mir so vor, wie bei Curry grad so ein Stift im Hals drin ist, weißt du? Alter, ih, Alter. Tobi, geh ins Gebäude, bleib da bitte und geh ins Gebäude einfach, sonst bist du tot. Tobi, geh ins Gebäude. Oh, wett zu, TV hat gerade bei mir gesuppt. Danke dir. Oh, schön. Hä? Skimmst du gerade, Alter? Nein, aber... Ach so! Wenn der mit OBS aufnimmt... LOL! Geil. Oh, geil. Ey, bei mir subbt gar keiner, Alter. Scheiße. Boah! Das war aller... Will jemand eine Mini 14 haben? Ich hab noch eine, ey. Will jemand einen Curry 2.0 haben? Er hat jemand... Äh, Mentos, Alter. Will jemand... Boah, ernsthaft? Nein. Oh, schade, ey. Mentos, das ist gut für jede Halbzeit. Hä? Dann bleibt die komplette Halbzeit mit Google. Ich wollte mal meine Trainer geben. Oh, Mann, ey. Tobi, geh ins Gebäude, Alter. Was machst du denn? Ja, bin ich doch. Ich hör nichts. Westmatt ist tot. Oh, ne, hat jemand gekillt. Ach du Scheiße, ey. Ey, Alter, ey. Dennis, lebst du noch, ey? Ja, ja. Okay. Ich mach immer STRG M, wenn die Zone kommt, ey. Curry? Nimm den Jeep gleich mit, Tobi. Bist du denn schon für 2 Weste, Curry? Ne, hab ich schon, aber danke. Tobi? Ja, oh, ich komme. Okay. Ich mag hier. Okay, Tobi, du kannst. Komm mit dem Jeep rüber einfach, ey. Guck mal. Hat noch jemand eine MP? Der Tobi hat immer so Nobeo-Kuh dabei. Ich hab Schalldämpfer für eine MP. Oh, ja, kannst du gehen. Ja, klar. Hab ich zwar nicht, aber ich gleich bestimmt. Hey, was bist du für ein Wichser, Alter? Wollen wir jetzt zur Brücke jetzt? Wollen wir jetzt wagen, Leute? Wollen wir mal machen? Tobi? Was macht der denn jetzt? Oh, Alter, guck mal. Der übt schon mit meinem am G. G-Klasse hier. Na, geil, Tobi, nice. Hey, wo gehst du denn hin? Wo ist die Weste? Achter, der hat da einen Teller auf. Wo ist die Weste? Achter. Okay, go. Hä, ist das ein verfickter Englis? Aber lass jetzt Fokus machen. Komm, Fokus, 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 Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Fokus, Fokus. Fokus, Fokus, Fokus. Wollt ihr das wirklich machen jetzt? Also, wir müssen sie marken oder machen wir Brücken-Action? Wir müssen jetzt nicht unbedingt riskieren, ne? Hier, Brücken-Action, wir sollten doch schnell wegkommen, oder nicht? Hä? Dreh das Auto lieber mal. Gibt ihr die fette Sau vom Fokus? Was? Was machst du da, Alter? Was ist das? Alter. Die fette Frau vom Fokus, wer ist das denn? Den fetten vom Fokus, der immer Fakten, Fakten an die Leser denken gesagt hat. Ja, komm bald. Ja. Man kennt ihn. Oh, Alter. Wie ein Drecksau. Kann mich einer holen, ich bin fast tot. Ja, ich hol dich, ich hol dich, ich hol dich. Pass auf den auf, Tobi beim Buggy. Ja, ja, der andere ist tot. Der wird wiederkommen, der wird wiederkommen, Tobi. Der kommt wieder. Tobi, der kommt wieder, schieß auf den, bitte. Mach was! Lauf, lauf, der ist auf. Geh rein da. Boah. Alter. Okay, ist down, ist tot, ist tot, ist tot. Alter. Alter. Was war das? Oh, ein Kompensator. Guck mal, Positionen. Hey, Tobi. Hey, bist du... Alter. Hey, chill mal gerade, chill mal, chill mal, chill mal. Lass uns fokussieren. Komm, 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 komm. Wir überleben das jetzt, Alter. Tobi. Brauchst du einen Koffer? Nee, hab ich, hab ich, hab ich. Der Tobi. Ich hab bei der Curry umgefahren, Alter. Der ist genau auf mich zugekommen, ne? Genau. Brauchst du noch eine Mini-14, Tobi? Hier ist noch eine Mini-14. Ja, da komm, sag ich noch nicht. Nein, ey. Brauchst du einen Muni dafür? Nö, hat der bestimmt auch dabei, hier. Wo ist der andere? Nee, die hab ich gerade genommen, das ist das Problem. Ich hab 30 Schuss, alles gut. Wo ist denn der andere? Der lag hier vorne. Der ist da, wo der Tobi liegt. Nice, Leute, ey. Gut gemacht, gut gemacht. Komm, warte! Oh, lol. Oh, oh. Nicht schon wieder. Ey, wo fährt der denn hin? Da treffen wir uns. Oh, ja. Bist du ausgestiegen? Boah, ich bin fast tot, ey. Alter, willst du mich verarschen? Wo sind das... Bei dem Jeep, oder was? Ja. Tobi, komm zurück, wir hauen ab. Wir hauen ab. Das kannst du vergessen. Wir haben keine Smokes. Warte, ich mach Smokes. Ich mach Smoke. Und dann hauen wir ab. Ich dreh den Dings. Komm, Curry. Schieß mal Parma Curry. Okay, go, go, go. Tobi, komm, komm, komm. Achso, du bist schon da. Fahr rechts, Fahr rechts, Fahr rechts, Fahr rechts, Tobi. Der links. Hä, warum? Weiß ich auch nicht. Die Zone kommt, ne? Ja, die Zone kommt, ne? Jungs, fahr zur Zone. Fahr einfach in die Zone jetzt rein. Scheiß, komm. Wir fahren jetzt einfach rein, ne? Ich muss das anschauen. Jungs, was machst du denn? Ja, der ist bodesrutschig. Wir haben Winter, hallo? Okay, lass mal irgendwo safe machen jetzt gerade. Irgendwo hier hoch, oder so? Lass mal erstmal kurz hierhin fahren. Ja, wir sind nämlich ein Hit und du bist weg vom Fenster, Alter. Lass mal gegenseitig einfach fett befummeln, oder? Ja, hier in der Scheune am besten. Hier ist gut, hier ist gut. Stell das Auto so, dass wir schnell wieder wegfahren können. Perfekt. Oh Gott. Ja, du bist ein Held, Alter. Alter, Junge. Hol mich doch! Ey, ich krepier voll schnell. Ich will doch nur safen, dass du... Komm in das Auto wenigstens. Junge, 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 ey. Der macht 360 Bremse, Alter. Über so einen Bremsstreffer hab ich sonst so in die Hose, ey. Okay, bei der Farmboot geschossen, oder? Ja. Also, da vorne. Auf 75, 60 Grad. Ja, erstmal hier chillen. Halt euch erstmal auf, Junge. Hat jemand einen Energiekoffer? Energiekoffer? Nee, ich kann dir nur Verband anbieten. Ja, okay, hab ich selber reich. Ich hab noch einen Erste-Hilfe-Koffer, den du da haben kannst. Nee, nee, ist gut, ich mach das mit. Da kommt Moped gefahren. Ja. Oh nein. Bitte lass das nicht die sein. Doch, das sind die mit dem Auto, mit dem Moped. Wir halten uns an. Nee, lass die fahren, lass die fahren, die fahren. Lass die fahren. Die haben angehalten, oder? Ja. Nee, ich glaub... Doch, doch. Könnte mal über den Hügel gucken, komm. Nein, nein, nein. Ey, wir sind fast... Wir sind halbtot... Braucht noch jemand einen Zweier-Helm? Ja, ich. Und einen Zweier-Rucksack? Nee, ich brauch nur einen Helm. Ja, geh in den Schuppen rein. Danke, Curry. Wirklich, das ist... Lass mal grad chillen, Leute. Wir chillen gerade mal ein bisschen. Jetzt fahren sie weiter. Die haben sich grad aufgeht, die fahren jetzt weiter. Scheiß auf die gerade. Okay. Puh, ich guck nur, ne? Ich guck nur. Ja, ja, eben durchatmen. Mal vor, Jux. Wenn du jetzt beschossen wirst, dann können wir nichts machen, ne? Ja, ich guck nur. Die können mich gar nicht sehen. Ja, ich mein von hinten oder so. Ich glaube, die sind nach 295. Was steht denn mit der Jeep? Okay, Zone kommt. Wir gucken gleich mal, wo die neue Zone ist. Der fährt mir einfach ins Gesicht gerade, ey. Hab ich einen Autoreifen oder so im Gesicht? So ein schwarzer Abdruck einfach. So eine Spur, weißt du? Wir müssen eben aufpassen, nicht dass hier noch Leute nachkommen. Ja, das kann sein, ja. Okay, neue Zone ist wo? Ach du Scheiße, okay. Wir müssen sehr weit. Wir haben Kfz, Leute. Wie wollt ihr fahren? Wollt ihr rechts oder links? Mit Lenkrad. Lass uns nicht nach der ersten... Na ja, fahren, oder? Ja, fahr du, Curry. Der Fahrer wird immer zuerst abgeknallt. Nee, ich will nur wissen, wo wir... Was macht der jetzt? Ja, ich warte gerade auf eine Antwort. Also fahr einfach, was dein Herz dir sagt. Aber wir sind doch ein Team, Leute. Wir sind doch ein Team. Da markiert du. Wir fahren mal da hin. Okay. Erstmal. Wir könnten gleich... Oder versuch mal hier lang zu fahren. Ja. Weil ich weiß nicht, reicht das. Da werden viele auf dem Berg wollen. Ja, das Benzin reicht auch überhaupt nicht. Ja, ich fahr erstmal da hin, wo du zuerst markiert hast. Oder? Ja. Rechts von uns wird geschossen. Ja, ja. Hab ich ja nicht gehört. Hast du für ein Headset, Tobi? Easy. Logitech, das ist das beste Produkt. Oh Gott. Sennheiser, noch besser. Ja, aber Logitech... Ich find das Logitech der Tür ist ganz gut. Ja, ich hab auch lange Headset gesucht. Oh mein Gott, Alter. Ganz ehrlich, wer diese Map designt hat, ne? Ohne Witz, Alter. Lass ihn treffen. Äh, schlagen. Der gehört echt verbrannt. Ohne Scheiß. Ja, wir machen das auch. Was ist das für ne Kante, Alter? Ja, es steht auch auf vor Clubs und so. Passt auf. Keiner verstanden. Okay. Irgendwo fährt links von uns. Was ist von uns? Okay. Okay, wo wollt ihr hin? Wo wollt ihr hin? Ja, da wo markiert ist. Ja, wo ist der markiert? Hier, ich hab einen neuen markiert. Ähm. Alles gut. War zu den roten Häusern links, Curry. Links, 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 links. Weiter, da oben meinst du? Okay, ja. Bring einfach hoch, komm. Hä? Hä? Willst du mich verarschen? Hä? Das Auto ist noch gerollt, Junge. Das Auto ist noch gerollt, Junge. Das Auto ist noch gerollt. Was geht hier ab? Ja, das Auto noch als Deckung. Ja. Das ist doch auch rausgesprungen. Aber das Moped kommt da oben. Oh nein. Das sind die wieder, Leute. Das sind die gleichen. Das ist doch auch rausgesprungen. Ey, war da auf die Karre, die hat kommt noch was. Oh oh. Ja, lass uns hier hoch. Lass uns hier hoch. Lass uns hier hochgehen. Das Moped, das Moped ist beim roten Haus gelandet. Also rechts das rote Haus. Ich hab kein Scope, Alter. Ich hab nur... Wo ist das genau, Curry? Wo sind die? Ah, da. War die mit dem Auto, Alter? Ne, ne, das qualmt aber fast. Das qualmt echt stark. Sind die da drin? Ne, ne, die sind glaub ich hinter dem Heuballen davon. Ja, ja, einer ist hinter dem Heuballen. Und einer ist halt rechts bei dem Haus am Moped. Also der ist da drüber gesprungen über das Haus. Guck mal grad, ob ich einen Scope hier drin finde, weißt du? Ich hab nämlich nix. Scheiße, Mann. Wo ist denn Tobi? Guckst du auf den Heuballen? Ja. Ich könnte mal die Gradzahl von dem Heuballen sagen. So, Südosten, Südosten. Rechts davon steht das Auto. Nice. Auto ist schon mal down. Oh, nice. Hat zwei Mega-Hits drin, hat zwei Mega-Hits drin. Ja, aber ich dachte, der hätte eigentlich nicht tot sein müssen. Wo ist das Motor, Curry? Ja, das ist rechts, das Haus, auf 210. Aber ich weiß halt nicht, wo der Typ davon ist. Ja, lass mal den Heuballen erstmal im Auge haben. Ich guck ein bisschen weiter rechts. Der guckt wieder, der guckt wieder. Der Heuballenmann, guck wieder. Der verbindet sich gerade. Wie sieht's, oh, die Zone kommt, Leute, ne? Ah, wir sind drin, nice. Heuballenmann ist mal am Pieken. Ah, ich seh, ich seh den Typen bei, bei Motor, äh, bei dem Haus. Hol' den Deal, Curry, komm. Tu mir den am Heuballen, ich geh mal außen rum, ja? Warte, 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 Dennis. Der andere von dem Motorrad rechts beim Haus. Der, der ist hinterm Stein. Ja, als ob, Alter. Doch nicht. Ah, fuck! Tobi, kannst du mich schon holen? Ne K, ne K, Alter. Falsch. Alter, der kann nichts machen, der kann mich nicht von dir treffen. Oh, der kommt, der pusht, der pusht, der pusht. Ja, versuch, schieß auf den Curry. Danke, Tobi. Von rechts wird auch gepusht. Ja, komm, Rückzug, Rückzug. Der ist an einem kleinen Schuppen, der eine, der dich abgeballert hat hier. Der ist an einem kleinen Schuppen. Der andere pusht auch von rechts. Ja, ich bin ja hier drin jetzt, ich bin in Deckung. Pass auf, Curry, ne? Ja, der, der kommt von unten. 275 kommt der. Kann ich helfen. Hab ihn. Nice. Und der andere ist halt irgendwo am Schuppen im Osten, muss der sein. Der hat halt einen Smoke gemacht, oder war das eure? Nee. Nee. Ist dem seine. War eine Schlacht mit denen, Alter. Das ist das... Unser Nemesis Team, ey. Du bist ein bisschen, ob der immer noch da ist. Bei dem Schuppen. Das ist ganz wichtig, weil wenn der da nicht mehr ist, dann haben wir ein Problem. Oh, da kommt einer aus 155, kommt einer. Der ist hinterm Heuballen jetzt. Jemand muss auf den Schuppen aufpassen. Wo ist der Schuppen genau? Der ist direkt hier vor uns an der Straße. Was ist jetzt hier? Komm mal da rein, Tobi. Mhm. Da wurde gesmoked? Ja, nee, nee. Das ist hinten beim Heuballen, ja. Der immer noch hinter dem gleichen Heuballen. Nee, der läuft vor. Der läuft vor. Der ist hinter so einer kleinen Erhöhung. Das gibt's doch nicht, Alter. Aber das ist ja nicht nur der. Das ist das Problem. Gerade irgendjemand durch Fenster gesprungen? Ich, 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 ich. Wir müssen links von uns aufpassen. Der war im Schuppen ja noch der eine Typ. Wie close ist? Ach, an dem hier vorne. Ah, okay. Da oben Richtung NW steht ein Truck, ne. Wir könnten auch da hochrennen und einfach abhauen in die Zone. Ja, warte, 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 warte. Wir müssen auch gleich, ne. Ach, klar. Der ist hier vorne im Vorsprung jetzt. Ja, ja. Den hab ich ja. Aber ich weiß nicht, wo der am Schuppen ist. Der am Schuppen ist Richtung 25 gerade. Der rennt weg. Der umläuft uns. Der versucht nach links rüber zu laufen. Okay, guck mal, der eine Peak. Der eine Peak. Hat keiner mehr Nades oder so? Ne, ich hab nur Rauch und Blend. Pack, 40 Sekunden haben wir noch. Ich mach erst mal ne Blendgranate einfach. Bisschen unter Druck zu setzen. Wow. Kannst du den halt nicht holen, ne. Das ist das Problem. Aber wir sind in der besseren Position als wir. Ja, aber wir brauchen die Zeit. Ah, fuck, ey. Guck mal, dass wir den irgendwie umlaufen. Ja, umlauf den halt. Ich... Ja, ich komm halt nicht ungesehen, äh... Er piekt wieder, er piekt wieder. Ja, ja. Vielleicht, vielleicht kann ich den ein bisschen locken. Er hat mich wieder... Oh, was? Kann mich einer holen? Hä? Ich werd... Ich werd abgeschossen, obwohl ich gar nicht getroffen werde. Tobi komm schnell. Nein, du stirbst zu schnell. Du bist mehr... Du bist schon... Ich kann dich nicht holen, das schaff ich nicht. Nee, das schaff ich auch nicht mehr. Bin auf dich gelockt. Du bist so... Du bist schon zum dritten Mal glaub ich da angewiesen oder so. Ja, ja. Scheiße. Okay, Tobi, warte mal. Was machen wir jetzt? Wir müssen pushen, der sitzt da. Hast du noch ne Nate oder irgendwas? Nee, ich hab keine... Ich hab nur ne Knarre. Wo sitzt denn der? Nice! Endlich. Halt dich, Curry. Okay. Ich heil mich und dann fahren wir direkt los. Hol das Auto, Tobi. Hol das Auto schnell, die Zone kommt. Wo ist der andere jetzt? Keine Ahnung, der ist glaub ich weggerannt. War der direkt tot, Curry? Hä? Ja, der war direkt down. Okay. Mann ey. Geh, go, 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 go. Ich schaff das, Jungs. 22 noch. Warte, 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 warte. Warte, warte, warte. Gott, alter. Den wär so viel Benzin drin, ne? Egal, kriegen wir hin bis in die Zone. Was ein Fight, Leute, ey. Da sind halt überall Autos jetzt, das ist das Problem, ey. War mir eine Ehre, mit ihnen gespielt zu haben, meine Damen und Herren, ey. Meine Gentlemen, ey. Gentlemen. Da fährt einer eine Karre vor euch, der Jeep. Ja, ja. Aber wir scheißen auf die Stadt. Wir fahren nicht in die Stadt rein, das ist Selbstmord. Oh mein Gott. Der Hubel. Wow. Oh. Lol. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck, Tobi. Alles gut, alles gut. Ihr seid ja gut in Deckung, Leute. Gleich Benzin der... Auf einmal, geht auch vor dir denn. Problem ist, wo sollen wir hin, Tobi? Gibt keine Ahnung. Viel Vertrauen vom Norden zu kommen, Leute. Von hier. Vom Hügel da oben. Ich kann nichts markieren. Was hier oben hin? Ja. Die meisten kommen ja von Süden wegen der Zone. Äh, wegen der Flugroute. Könnte klappen eigentlich. Aber da oben sind Ausschüsse. Echt jetzt? Ja. Lass uns erstmal hier die Stellung halten, so gut es geht, oder? Ja. Könnte ja gerade eh nicht so viel machen. Ich prob' mich mal aufzuhalen ein bisschen. Okay. Ich hab mich auch ein bisschen geboostet. Oh Mann ey. Aber oben... Oben grad Schüsse gehört zu haben. Da werden auch 100 pro welche sein. Wie macht er die Jungen? 20 noch. Wir sind auf jeden Fall in der Unterzahl. Also wir... Wir können... Könnt ihr gewinnen. Ihr müsst die Team sich ausspielen lassen. Ja eben. Zeit rausholen. Einfach nur Zeit. Guck'n bisschen in den Osten, Südosten so. Falls da irgendwas kommen, ey. Was ist denn jetzt los? Was denn? Das Auto erstmal am eskalieren, ey. Ja gar nix. Nee, aber wir müssen das Auto grad... Oh. Jetzt hab ich auch gehört. Hä? Jujujujujujuj. Wo geht denn die Zone hin? In die Stadt, ne? Aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Ja, Zone kommt gerade. Oh, ich seh'n Moppet ja auf Südosten. Fährt jetzt in die Stadt. Siehst du das auch? Ich hol' euch alle! Wum, 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 wum. Du dufst halt einfach in die Stadt rein, so. Das Problem ist halt in der Stadt... Die werden halt alle in Gebäuden gammeln, jetzt, ne? Ja. War's ein bisschen aufgehörig nicht, dass du dich da wegkommst. Ja, 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 ich geh' ich geh' mir wieder zurück. Ich hab' grad mal ein bisschen die Sicht-Switching. Switching. Switching. Äh, gelbe Häuser. Tobi, glaub' ich, war grad da was. Aha. Was denn, Tobi? Ja, schüss, ihr hört, ne? Nee, jetzt kann nicht das gelbe Haus, kann er nicht. Hatte ich mal. Oh, Leul, die Zone geht aber eigentlich voll klar, Mann, Tobi. Die geht richtig klar. Und jetzt geht's ab. Aber positioniert euch jetzt schon mal, Leute, weil wenn ihr gleich laufen müsst, ist scheiße. Ja, ja, komm, wir gehen weiter runter, Tobi. Weil hinter euch ist keiner mehr. Ihr könntet echt die beiden, äh, äh, Felsen damit nehmen, ne? Ja, ja, die Steine können wir nehmen, weil hinter uns kann hundertprozentig niemand mehr kommen. Aber ich glaub, die Steine sind nicht drin, das ist das Problem. Die beiden Felsen sehen aus wie so Hähnchenkeulen, äh, der hat halt so Bock, so Hähnchenstücke. Okay, tacky, ne? Schöne Hähnchenburger. Doch, der Stein ist drin, der Stein ist auf jeden Fall drin, aber der nicht. Doch. Ne, 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 der ist nicht drin. Wir können ja erstmal ausharren, das ist nicht das Ding. Wir können sogar dann weiter runter, weiter nach links. Aber das Geile ist, die anderen müssen alle Open Field, ne? Die müssen alle Open Field. Ja, das Strom-Ding ist auch nicht, ist auch nicht drin. What? Hä? Was? Das will ich mir angucken. Ja, aber sowas von. Ganz ehrlich, das guck ich mir jetzt was von an, Alter. Ey, das war ein Hacker, Alter. Also entweder ist ein Meisterschütze. Ich bin mal gespannt. Ja, Hacker. Ich glaube, ja. Warte, ich guck mal. Wo war der denn? War der im Gebäude, oder was? Nee, der war... Ja, nee, Alter. Never ever. Guck's dir an, das... Näää. Näh. Oh, Kong. Never ever. Nee, na. Ey, ganz ehrlich. Woher wusste der, dass wir da sind? Ja, eben. Jetzt mal ohne Scheiß. Der Visiert auch nur kurz an so. Guck mal allein sein Visier, wie das Red Dot sich bewegt. Siehst du das? Naja. Ah, das ist doch schade. Alter, komm. Hundertprozentig niemals. Also, ohne Scheiß. Aber am besten Willen. Das nimmt mir im Moment echt ein bisschen den Spaß an dem Game. Es sind echt nur noch Hacker unterwegs. Die kriegen das gar nicht in den Griff. Ey, das kann nicht sein. Wir haben heute gestreamt und wir hatten, glaube ich, heute allein in dem Tag, glaube ich, drei Hacker oder vier. Hast du gesehen, Tobi? Der Moment, wo er rennt und wo er dann anvisiert, der ist direkt auf dich. So, weißt du? Also, der hat ja nicht mal rumgeguckt oder so. Der ist direkt auf dich drauf. Call of Duty Zielhilfe, Alter. Wow. Ja, ja, ja. Okay, dann sehen wir uns wieder in der nächsten Episode. Oh, Mann. Schade. Schade. Aber erstmal melden, die Drecksau, ey. Warum bin ich wieder gefickt? So richtig geil von so Chinesen, weißt du? Ja, der wird ja richtig gebumst, ey. Von oben und oben, ey. Dann kommen noch 20 Chinesen in sein Zimmer reingerannt. Droschke Hacker. Ciao. Alter, ey. Was für ein Scheiß. Warte, ich melde den noch.